Hey, hey, hallio Leute und willkommen hier zu einem neuen Video. Willkommen zu Jump World auf Timolia. Ich bin wieder da nach dem 7-Tage-Stream. Ich habe ja seit Mittwoch, bis diese Woche Mittwoch, habe ich 7 Tage lang, so oft es nur ging, gestreamt. Natürlich jetzt, wo ich aufnehmen muss, kommt ein kleiner Hicksa. Und ja, ich bin fertig. Der 7-Tage-Stream ist seit Mittwoch vorbei. Und es hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich werde das bald wieder machen. Und jetzt begrüße ich euch, wie gesagt, zu einer Runde Jump World. Ich sage gleich im Vorrein, wenn es euch gefällt, was ihr hier seht, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und schreibt schön in die Kommentare, wenn auch ihr eine eigene Map gebaut habt oder eine eigene Map generell, ob für mich oder so, haut mir gerne die ID unten rein und ich schaue sie mir gerne mal an. Okay, Portal. Ja, die Map wurde wieder für mich gemacht von Kali. Kann ich jetzt nicht diesmal umbinden, seht ihr auch rechts. Ich bin mal gespannt, wie die Map hier so wird. Also, das ist jetzt die vierte Map, die Kali für mich gebaut hat. Und richtig nice. Also, sie baut echt schöne Maps und es gefällt mir auf jeden Fall. Und ich bin gerade echt zu dämlich dafür. Ich möchte gerne auch anmerken, Leute, ich habe mich entschieden, wieder ein bisschen mehr Minecraft zu machen. Ich bin ja in letzter Zeit ganz schön von Minecraft weggegangen. Und ja, ich habe gemerkt, dass es halt ein bisschen doof ist. Und ich meine, ich habe Spaß an GTA. Es wird es auch weiterhin noch geben und sowas. Aber ich werde mich wieder ein bisschen mehr auf Minecraft konzentrieren, da ich mit Minecraft angefangen habe. Ich habe mega Bock auf Minecraft mittlerweile auch wieder. Und ja, jetzt auch auf Stream. Das will ich jetzt auch häufiger machen. Aber vor allen Dingen Minecraft. Ich gebe euch noch einen Tipp, apropos Minecraft, Leute. Ihr gebt euch unbedingt am Samstag die New Life Folge, die um 18 Uhr rauskommt. Sie wird mega geil. Ich kann euch nur sagen, ihr denkt euch nur, bitte was? Bitte was? Hallo? Hallo? Bitte was? Was ist da passiert? Das werdet ihr euch denken. Das wette ich mit euch. Und das kann ich euch versprechen. Also, wie gesagt, oh, da vorne ist das Ziel. Wie gesagt, gebt euch definitiv die Folge New Life am Samstag. Und ich möchte auch noch sagen, ganz kurz, es wird bald ein neues Projekt geben. Das werdet ihr aber dann sehen. Also, wir haben das Jump'n'Run geschafft. Das Jump'n'Run war zwar kurz, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wild. Ja, ich möchte gerne noch mehr. Bitte, du machst richtig schöne Jump'n'Runs. Aber mach ruhig ein längeres. Das würde mich sehr erfreuen. Ich weiß nicht, ich mag viele Jump'n'Runs, die machen Spaß. Und ja, nicht wundern, warum keine Dings kamen. Ich habe dieses Jump'n'Run vorher schon gemacht. Aber leider ist die Aufnahme ein bisschen kaputt gegangen. Und deswegen mache ich das nochmal, ne. Dass ihr mit dir Bescheid wisst. Ihr wisst ja, ich bin eben ein bisschen, bin real. Ich will euch nicht anlügen. Und jetzt wisst ihr auch Bescheid. Ich habe die Maps schon gemacht. Und, ähm, ja, ich musste sie nochmal machen. Wie gesagt, weil leider meine Aufnahme kaputt gegangen ist. Aber naja, sowas passiert nun mal. Technik, die begeistert. Und ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ganz kurz und knackig heute. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie jetzt noch was anderes zu machen. Und bla, bla, bla. Und dann wieder unnötig lange zu gehen, so wie ich es jetzt gerade tue. Deswegen würde ich sagen, das war es mit dem Video. Wenn es, wie gesagt, euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr eigene Jump'n'Runs gebaut habt, die ich mal spielen soll. Auch ob sie für mich sind oder einfach nur so. Und ja, ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen.